Was ist die digitale Kompetenz der Zukunft? Die digitale Kompetenz der Zukunft wird eine Schlüsselfrage sein. Es braucht ein Schulfachprogrammieren ab der fünften Schulstufe. Und warum braucht es das? Weil wir zwar jetzt alle auch hier im Raum wahrscheinlich schon mittlerweile passable Anwenderinnen und Anwender geworden sind von Apps. Aber das Entscheidende ist, was steht denn dahinter? Wie entsteht sie? Wie kann sie programmiert werden? Und es ist deshalb auch so wichtig, meine sehr geehrten Damen und Herren, denn es ist entscheidend, dass wir als Menschen die Maschinen beherrschen, aber nicht die Maschinen uns.